Ich kann die Falle nicht entschärfen, das können wir ändern. Ich muss gucken, wo ich Kittes Diebes mehr herkriege. Weil so viel habe ich ja leider auch nicht ganz. Okay, das wollte ich nicht. Ich wollte, dass die Tür offen bleibt eigentlich. Warum auch immer hier ein Hund ist. Eliel. Entschlossenheit. Schaden mit Nahkampfwaffen. Oh, das wäre gar nicht mal so schlecht. Ach, das ist Fenrir, der kann keine Knöpfe drücken. Entschlossenheit. Ich hoffe mal nicht, dass das so ein Rätsel ist, wo ich alle Türen öffnen muss. Sonst kann das etwas länger dauern. Spannende Musik Spannende Musik Oh ja, langsam komme ich dem Meter. Ja, das Ganze lässt uns im Kreis laufen. Ja, das Ganze lässt uns im Kreis laufen. Ja, das Ganze lässt uns im Kreis laufen. So, damit mache ich das wieder auf, oder? Ja. 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 Und das Spiel steht mal wieder. Ja, und so gehen alle Türen auf. Oder? Sieht fast so aus, als ob alle Türen jetzt offen wären. Ein einhändiges Zepter. Hey, Tekeo. Wobei, das ist eher doch was für Alauf, ne? Reagenz, Frischtreuhe des Starrens. Gut. So, das heißt, wir haben uns wohl jetzt kleines Rätsel, das würde ich erwiesen, und können jetzt einfach durch das Ding wieder rausmarschieren. Weil der Knopf hier damit hat wirklich alles geöffnet, wenigstens. So. Warum auch immer jetzt alle stehen geblieben waren. Wie sie einfach auf der Karte mit abgebildet werden, wo sie gerade am Anfang standen. So, also raus hier. Das ist jetzt Labyrinth-Insel. Damit haben wir die letzte Insel von den dreien, glaube ich, kartografiert, um die uns der Kartograf gebeten hat. Also, Labyrinth-Insel. Ja. 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 Ach so, ich kann hier nicht durch. Gut, so wissen. Und ja, hier gibt es dann nicht mehr viel aufzudecken. Aber der Sturm, der brodelt immer noch dort. Aber jetzt eher südlich. Das heißt, ich könnte vielleicht an ihm vorbeisegeln. Das muss ich ausprobieren. Wenn nicht, dann laden wir einfach neu. Aber erstmal müssen wir uns rumklatschen. Geodo, der rothändige, zeigt auf einen kleinen Punkt am Horizont. Ja, die schwankende Hure. Er ist stärker als wir. Auf in den Kampf. Er hat sicherlich auch mehr Kanonenbewaffnung als wir. Ja, er dreht nach Backbord. Okay. So, er hat immer noch den Vorteil. Das heißt, wir kommen immer noch nicht zu Schläge und Kaninen ran. Er stoppt. Wahrscheinlich wird er jetzt bald schießen. Einer auf ihre Posten. Er stoppt immer noch. Okay, wir haben... ...den Vorteil. Wir kommen näher. Ich glaube, der Typ hat keine Ahnung, was er tun soll. Okay, fünf Schuss. Todesfeuer, Seemann feuert, Imperiale, feuert verdammt viel ab. Autsch. Elf Rumpf, elf Segen will schaden. Muss ich ja geben. Meldung machen, ist jemand verletzt worden? Nein, diesmal nicht. Wow, ich sehe auch das gegnerische Schiff. Okay. Er hat ein paar gute Männer. Seine Kanoniere sind so lala. Aber er hat verdammt gute Bewaffnung. 15 plus vier Wächter. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. Das sind die Mannschaft. Und dann noch vier besser Bewaffnete. Schwarzholzrumpf und Magie-Segel. Flagge der Bastarde der schwarzen Insel. Also freundlich sind sie nicht. Aber jetzt muss er erst mal nachladen. Und entern. Das könnte jetzt ziemlich heftig werden, aber eigentlich sollten wir das auch noch hinkriegen. Ich meine, ich habe ja eine starke Kampftruppe. Ich habe ja, vielleicht muss ich dieses Mal ein bisschen mehr Buffs und so einsetzen, weil wenn ich mir sie so angucke, sehr gut bewaffnet sind sie ja auch. Wieder nicht. Ich glaube, das Schiff ist, hat mehr auf, ähm... Ja, die legen, so schnell wie die Daumen gehen, legen die eher auf, äh, die überlegenen Waffen als auf Enter-Fähigkeit. Auch wenn Palegina schon ein bisschen auf den Sack geht, ich denke. Spiel pausiert, äh, wer... Ach, Schießer. Du, heil dich bitte. Okay, Tekeo. Schleudere dem mal ein paar Blitze um die Ohren. Du, neue Kraft. Okay, sie sind heftig. Nein, ne, ne. Ne, das verlieren wir doch tatsächlich. Das heißt, ich lade mal den Autosave. Gut, Übermut ist dann doch nicht so gut, immer so gut. Ich glaube, für die Interaktion bräuchte ich auch eine andere Truppe, die ich selber kontrollieren könnte. Da bräuchte ich wahrscheinlich Alov drin. Äh, das ist die Labyrinthinsel. Mir egal, ob ich es jetzt falsch schreibe oder nicht. Ja gut, sie hauen dieses Mal ab. Oh, sie fahren im Kreis. Das ist das Problem. Das heißt, wenn ich da ankomme, kommen sie gerade von unten wieder. Oh. Töne winter. Da. Ich weiß, dass du hier bei uns, wenn ihr das nicht vorst.